In diesem kurzen Video mit einem Excel-Tipp soll es darum gehen, wie wir Text und Zahlen kombinieren können. Ich habe hier als einfaches Beispiel verschiedene Standorte mit Umsätzen und ich möchte einfach vielleicht im Rahmen für eine Präsentation oder ähnliches das Ganze hier hinten formatieren, indem ich den jeweiligen Standort mit dem Umsatz kombiniere, vielleicht noch ein Euro-Zeichen für die Währung hinzufüge und ein Tausender-Trennzeichen. Schauen wir uns doch einmal an, wie das funktioniert. Im Prinzip ist das Kombinieren von Werten aus verschiedenen Zellen in Microsoft Excel ganz leicht. Und wir können einfach nur das kaufmännische und verwenden und diese Zellen kombinieren. Ich könnte hier also zunächst einmal hergehen, mein Ist-Gleichzeichen schreiben, dann wähle ich meine erste Zelle aus, in meinem Fall Hamburg, gefolgt vom kaufmännischen und und ich wähle meine zweite Zelle aus mit dem entsprechenden Umsatz. Bestätige das mit Enter und dann sehe ich, das ist alles, was ich tun muss, um diese beiden Werte in Excel zu kombinieren. Hamburg 4616. Natürlich ist das jetzt direkt aneinander geschrieben und so möchte ich das wahrscheinlich nicht tun. Ich kann jetzt aber einfach weitere Dinge zu meiner Formel hier hinzufügen. Aktuell sehen wir, haben wir nur die Inhalte der beiden Zellen verknüpft. Zum einen könnte ich weitere Zellen einfach hinzufügen, indem ich hier zum Beispiel und schreibe, eine weitere Zelle auswähle. Das funktioniert, also ich bin hier nicht auf zwei beschränkt. Das aber nur als kleiner Hinweis am Rande. Genauso kann ich mit dem kaufmännischen und hier auch weitere Dinge einfügen. Zum Beispiel einfach Text, den ich definiere. Und das, was ich in diesem Fall machen wollen würde, ist einfach hier ein Leerzeichen einfügen. Dazu schreibe ich einfach Anführungszeichen und zwischen diese Anführungszeichen schreibe ich ein Leerzeichen und kann so einfach den Text mit aufnehmen. Natürlich muss ich dann aber nach meinem Bezug A2 und nach dem Leerzeichen wieder ein kaufmännisches und schreiben, um das Ganze dann mit dem Inhalt von B2 zu verknüpfen. Und wenn wir das jetzt einmal bestätigen, dann sehen wir, haben wir jetzt schon mal unser Leerzeichen reinbekommen. Statt dem Leerzeichen kann ich hier natürlich beliebige Dinge angeben. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte stattdessen einen Doppelpunkt, dann haben wir einen Doppelpunkt. Ich kann einen Doppelpunkt mit Leerzeichen davor und dahinter einfügen, so wie ich das eben möchte. Vielleicht das Leerzeichen nur dahinter, so in etwa. Und damit kann ich das Ganze schon relativ leicht und einfach auf verschiedenste Arten und Weisen kombinieren. Jetzt habe ich ja gesagt, es wäre ganz schön, wenn wir unseren zweiten Teil, also diese 4616, noch ein bisschen formatieren könnten. Vielleicht ein Währungsformat erzeugen mit einem Tausender-Trendzeichen, vielleicht auch zwei Nachkommastellen. Und auch das ist relativ leicht machbar. Hier muss ich an meiner Konstellation eigentlich nichts mehr verändern. Ich füge weiterhin A2 zusammen mit meinem Doppelpunkt und dann B2. Allerdings möchte ich für B2 die Textfunktion von Excel verwenden. Die Textfunktion ist im Prinzip ganz simpel. Ich schreibe einfach nur Text und öffne dann meine Klammer und muss dann zunächst einen Wert angeben. Den haben wir schon mit B2 und dann ein Textformat. Textformat, das werden wir uns gleich anschauen, wo wir das herbekommen. Das wird immer als Text angegeben, also in Anführungszeichen. Die kann ich hier einfach mal reinschreiben und dann können wir das Ganze beenden und einmal mit Enter bestätigen. So bekommen wir schon keinen Fehler mehr, aber ich sehe, unsere Zahl ist auch komplett verschwunden. Und das liegt daran, dass wir als Format eben nichts festgelegt haben. Jetzt habe ich gerade gesagt, ich hätte das Ganze gern mit einem Tausender-Trennzeichen, vielleicht zwei Dezimalstellen und dem Euro-Zeichen dazu. Und für alle diese Dinge gibt es in Excel-Platzhalter und Kurzformen diese Formatierung. Das muss man aber überhaupt nicht auswendig können. Auch wenn ich das jetzt vielleicht zusammen bekommen würde, schauen wir uns zunächst einmal an, wie das Ganze ganz generell funktioniert. Und ich wähle dazu einfach mal die Zelle aus, die den Wert hat, den wir formatieren wollen, nämlich meine Zelle B2 hier. Und dann kann ich, wenn ich im Menüband unter Start zum Abschnitt Zahl gehe, hier die Formatierung auswählen. Hier habe ich dann verschiedenste Dinge, zum Beispiel Währung, was ja das ist, was wir haben wollen würden. Ich kann dann aber auch hier unten auf weitere Zahlenformate klicken. Wenn ich das mache, dann bekomme ich im Prinzip nur ein Fenster, in dem ich mehr Optionen habe, nämlich hier zum Beispiel Währung. Ich kann aber auch auf Benutzer definiert gehen und hier finde ich dann diese Kürzel oder diese Schreibweisen, die ich brauche. Wir sehen, als Beispiel hier oben ist als Standard eigentlich genau das ausgewählt, was ich haben möchte. Nämlich das Tausender-Trennzeichen mit dem Punkt, ein Komma, zwei Dezimalstellen und das Euro-Zeichen. Das bedeutet, das, was ich hier als Format angeben muss, ist genau das, was hier drin steht. Man muss hier gar nicht genau wissen, was diese ganzen Rauten und Nullen bedeuten, sondern man kann einfach hier ein bisschen herumspielen und das Ganze herausfinden. Ich könnte zum Beispiel mal dieses Format auswählen, dann sehen wir, okay, das Tausender-Trennzeichen bekommen wir einfach nur mit Raute, Punkt, Raute, Raute, Null. Und hier kann ich das Ganze dann eben verändern. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, wenn ich gar keine zwei Dezimalstellen brauche, dann könnte ich hier vielleicht ein Leerzeichen schreiben und mein Euro-Zeichen. Und dann sehe ich oben am Beispiel, das würde so funktionieren. Ich könnte also das einfach kopieren und für mein Format einfügen. Wir hatten ja aber gerade eigentlich sogar unsere Dezimalstellen schon mit drin, die wir hier haben wollten. Und diese Dezimalstellen bekomme ich mit diesem 0,00. Wenn ich das jetzt also so auswähle, dann sehen wir, haben wir wieder das richtige Ergebnis zunächst einmal. Und ich möchte einfach wieder mit dem Leerzeichen mein Euro hinten einfügen. Dann kann ich diesen ganzen Ausdruck einfach einmal kopieren, indem ich einen Rechtsklick und Kopieren mache oder das Tastaturkurt zur Steuerung C benutze. Ich kann das dann an dieser Stelle verlassen, denn wir wollen diese Spalte vielleicht gar nicht formatieren. Jetzt kann ich wieder zurück zu meiner Formel gehen und kann einfach hier in meiner Textfunktion für das Textformat das einfügen, was wir gerade eben kopiert haben. Also hier einmal einfügen, unser Zahlenformat und dann kann ich das Ganze mit Enter bestätigen. Und wir sehen, dass wir jetzt die richtige Ausgabe bekommen, Hamburg, Doppelpunkt und dann 4.616,00 Euro mit dem Tausender-Trendzeichen. Das Ganze kann ich dann einfach nach unten durchkopieren und wir sehen, dass wir überall das richtige Ergebnis bekommen. Dadurch, dass wir das hier mit einer Funktion oder einer Formel gelöst haben, mit dem Gleichzeichen, ist das natürlich auch dynamisch. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier Berlin zum Beispiel enden würde, sagen wir mal auf 6.800, bestätige das mit Enter, dann updatet sich automatisch auch unser Ausdruck hier hinten mit der entsprechenden Zahl. Die Formatierung, die wir uns gerade ausgedacht haben, wird allerdings einfach direkt so mit übernommen. Als zweiten Teil möchte ich jetzt noch anschauen, wie wir so etwas auch erstellen können und trotzdem weiter mit den Zahlen arbeiten. Denn dadurch, dass wir hier verschiedene Zellen kombiniert haben und mit der Textfunktion eigentlich nur das Format festgelegt haben, kann ich alle diese Zellen hier nicht mehr wie Zahlen verwenden. Ich kann ja zum Beispiel hergehen und sagen, hier zum Beispiel möchte ich meine ganzen Umsätze summieren. Ich kann das also einfach so machen. Wenn ich jetzt diese Summefunktion hier drüben auch anwenden möchte, dann bekomme ich 0. Ich sehe, eigentlich ist das Ganze korrekt, wenn ich reingehe. Ich habe die Summe von C2 bis C6, aber da wir hier Text haben und gar keine Zahlen, wird das Ganze einfach auf 0 aufsummiert. Und das bringt mir an sich nicht viel. Ich wechsle mal kurz mein Arbeitsblatt, habe hier schon ein Beispiel vorbereitet. Ich habe wieder Standorte mit Umsätzen und Zielwerten dieses Mal und ich habe darunter das Ganze wieder zusammengefasst. Mit dem gesamten Umsatz und dem gesamten Ziel. Hier ist eigentlich nicht viel anderes passiert, als wir zuvor gemacht haben. Ich habe hier zunächst einmal das Wort Umsatz-Doppelpunkt definiert und dann habe ich wieder meine Textfunktion verwendet. Der Textfunktion habe ich in diesem Fall die Summe von diesen fünf Standortwerten darüber übergeben. Und dann habe ich einfach diesen Wert genommen und wieder mit diesem Raute, Komma, Raute, Raute, 0 Euro Format das Ganze entsprechend formatiert, so dass wir hier eben ein Tausender-Trennzeichen haben und das Euro-Zeichen dahinter. Die Dezimalstellen haben wir jetzt hier mal weggelassen. Und genau dasselbe, wenn wir uns diese Funktion anschauen, habe ich auch für die Zielwerte gemacht. Jetzt habe ich hier in der Spalte D noch eine Abweichung, die für die einzelnen Werte hier natürlich funktioniert, denn ich habe hier einfach eine relativ einfache Formel. Ich ziehe mein Ziel vom gemachten Umsatz ab und bekomme dann dementsprechend zurück, was ich hier zu wenig oder zu viel erwirtschaftet habe. Das Ganze kann ich aber natürlich hier unten nicht machen. Wenn ich einmal probiere, die Funktion hier weiter nach unten zu kopieren, dann sehe ich, ich versuche hier zwei Textwerte voneinander abzuziehen. Macht Excel natürlich nicht. Da bekommen wir einen Fehler. Wie kann ich das Ganze also lösen? In diesem Fall ist das wahrscheinlich fast noch ein bisschen einfacher. Denn alles, was ich machen will in diesem Fall, ist jetzt nicht mehr das Ganze kombinieren mit dem korfmännischen und, sondern ich möchte hier einfach nur noch die Summe angeben und dann über eine benutzerdefinierte Formatierung das Wort Umsatz bzw. Ziel vorne wieder einfügen. Das bedeutet, ich kann hier erstmal hergehen und eigentlich diesen kompletten Teil meiner Formel löschen und auch diesen Teil hier hinten, wo wir das Format festgelegt haben, sodass ich hier einfach nur noch meine Summe habe. Das Ganze kann ich dann einmal nach rechts kopieren, sodass wir hier also jetzt nur noch unsere beiden Summen haben. Und wir sehen, in diesem Moment haben wir hier Zahlen und unser Ergebnis hier hinten funktioniert dementsprechend. Jetzt hätte ich hier ja aber wieder gerne, dass das Ganze mit Umsatz und mit der entsprechenden Formatierung da steht. Und dafür können wir wieder benutzerdefinierte Formatierung verwenden, indem ich also die Zelle auswähle und entweder hier im Menüband zum Zahlenformat gehe oder ich mache einen Rechtsklick auf diese Zelle und wähle in diesem Kontextmenü Zellen formatieren aus. Dann bekomme ich genau dasselbe Fenster und könnte jetzt zum Beispiel wieder direkt zur Benutzerdefiniert springen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Ich könnte sagen, okay, ich möchte hier mein Tausender-Trendzeichen wieder haben und ich möchte dahinter mein Euro-Zeichen aufgelistet haben. Damit haben wir schon mal das Ganze wieder als Zahl und als Währung formatiert, aber ich möchte ja davor jetzt eigentlich noch Umsatz als Wort haben. Jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, ich schreibe hier einfach einmal Umsatz und Doppelpunkt und sobald ich das mache, sehe ich, dass hier oben an meiner Vorschau irgendwie nicht wirklich etwas passiert. Das liegt daran, dass ich das jetzt in diesem Fall in Anführungszeichen schreiben muss, sodass Excel das wirklich als Text erkennt. Ich füge also hier ganz hinten ein Anführungszeichen ein und vor mein großes U ganz am Anfang und dann sehen wir direkt oben im Beispiel, dass das Ganze jetzt richtig erkannt wird. Ich schaue nochmal, ob das alles so passt. Also Umsatz-Doppelpunkt, ein Tausender-Trendzeichen und unser Euro-Zeichen hinten. Wenn ich zufrieden bin, kann ich jetzt also einfach auf OK klicken und dann sehen wir, jetzt haben wir das Ganze richtig formatiert. Genau dasselbe mache ich jetzt für mein Ziel auch noch, also einen Rechtsklick, Zellen formatieren. Ich kann zu Benutzerdefiniert gehen und hier finde ich jetzt sogar, wenn ich nach unten scrolle, mein gerade eben verwendetes Format, nämlich mit Umsatz. Alles, was ich in diesem Fall also ändern muss, ich kann das wiederverwenden, ich tippe hier nur Ziel statt Umsatz, bestätige das Ganze mit OK und wir sehen, jetzt haben wir hier unsere beiden Zellen eigentlich genau im selben Format wie vorhin. In diesem Fall ist das Ganze allerdings weiterhin eine Zahl. Wenn ich das also ausgewählt habe und hier nach oben schaue, dann sehe ich, dass wir hier einfach nur eine Summe drin stehen haben. Und das wird nur durch diese Benutzerdefinierte Formatierung maskiert, sodass wir das eben davor stehen haben. Das würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht für eine Menge von Zellen machen, da wir im Prinzip für jede Zelle von diesen beiden eine eigene Benutzerdefinierte Formatierung festgelegt haben, aber für so eine kleine Tabelle, in der ich trotzdem dann einfach mit diesen beiden Zellen etwas berechnen möchte, kann man das natürlich gut nutzen. Für andere Fälle, wo man das Ganze vielleicht einfach nur für eine Präsentation formatieren möchte, kann man natürlich diese Verbindung mit den kaufmännischen Uns von Excel verwenden und kann einfach verschiedene Werte von Zellen mit eigenen Textparts kombinieren und ausgeben. Wenn ich dann Zahlen irgendwie formatieren möchte, kann ich die Textfunktion nutzen und übergebe einfach nur den Wert und in Anführungszeichen ein benutzerdefiniertes Format, also wie ich das Ganze gerne dargestellt hätte. Ich hoffe, dieser kleine Tipp konnte dir weiterhelfen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Like und ein Abo für unseren Kanal. Dort gibt es unzählige weitere Videos zu Excel und zu anderen Office-Programmen, also schau doch mal vorbei. Bis zum nächsten Mal.